Herzlich willkommen im Gesundheitskanal Ihrer Apotheke. Sie haben ein Schüsselsalz mit der Bezeichnung 5 und dem Inhaltsstoff Kaliumphosphorökum in Ihrer Hand. Wir informieren Sie jetzt, wozu es eingenommen wird. Allgemein wird das Kaliumphosphorökum als das Salz für Nerven und Psyche bezeichnet. Wenn Sie also antriebslos oder verzagt oder vor lauter Gedanken in der Nacht nicht mehr schlafen können, dann gibt Ihnen das 5er-Salz wieder Power für den Tag. In Kombination mit dem 7er-Salz sorgt es außerdem für eine ruhige Nacht. Laut der Literatur kann jede werdende Mutter schwache Wehen vorbeugen, indem sie drei Monate vor der Entbindung mit der Einnahme von Kaliumphosphorökum beginnt. Sie wollen mehr zur Therapie nach Dr. Schüßler wissen? Kommen Sie doch einfach zu uns in der Apotheke. In einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie gerne. Außerdem halten wir eine Auswahl an Büchern zur Selbstmedikation für Sie bereit. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, besuchen Sie unseren Videokanal. Dort erhalten Sie kurz und kompakt weitere Informationen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017